Die hat uns gesehen. Die hat uns doch gesehen. Kannst du mir nicht erzählen, Junge. Das fährt doch auf. Kannst du gerade sagen. Also man muss den Augenblick abpassen. Ja, jetzt kann ich es sehen, weil sie nicht... Achso. Musst du mir den Augenblick jetzt abpassen oder nicht? Warum nehmen wir zwei mit? Ganz einfach. Eins für uns und eins für Luke. Ich hätte jetzt eigentlich... Obwohl, nee, es ist scheiße. Wenn du von dem Vierer wegnimmst, dann fällt das auf, dass da zwei fehlen. Und wenn der eine leer ist, fällt das aber auch auf. Das ist beides scheiße. Ja, ja. Was mich jetzt weißt, ist es Wundern, wenn es sich auffällt. Das war so cool. Danke, Clem. Das war so cool. Ich habe gesagt, du wirst nicht sterben. Das war so cool. Ja, das war so cool. er, von wem er das hat. Und der Schlimmste daran ist, er kam immer noch nicht darüber weg. Ja, liegt das noch offensichtlicher dahin? Wir müssen uns entscheiden, wer was, bevor wir... Time to get up. Daylight's burning. They let you sleep in, all things considered. Where's my dad? He's where the rest of you are going. To work. Rebecca, Nick, Sarah, Jane. If you gotta take a piss, do it now. The next break won't be for a while. Troy will be coming up for the rest of you. Why just them? Like I said, Troy's coming for the rest of you. Jeder läuft ja mit einer Knarer rum, außer wir. Geil! Alright, look. If we're gonna do something, we have to do it now. And if Luke saw, we got, and we pair up with him, I can do it. Where's the meeting? Mike. Yeah? Clementine should do it. Are you fucking kidding? What was that now? Oh, no. Kenny makes it on no way. Kenny not and Mike not. I don't want to do something stupid, just to get some respect. She doesn't need your respect. Give me the radio. Alright, little chickens. Let's get to pecking. Alright. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day. You hear? Got that? I'm afraid I need an answer, girl. Yes, sir. Come on. Oh, you have your pockets all out. Gonna get your tag, ach so, ja, wo I was gonna sagen. Let's go. Das Ding guckt immer noch raus. Oh, mein Gott. Die zwei mögen sich offensichtlich auch nicht. Oh, mein Gott. Wait, wait, what's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, City Maus. Oh, Skatmaus. City Maus. Oh, süßer Name. She really rather keep with us. People she knows. It's nothing that'll hurt her. What, what are we doing? Don't worry about it. Come on. Das ist keine klare Antwort. Das fällt ja eigentlich nur nicht auf, ne? You were all right. I didn't believe you when you told me about Reggie. I ran and found Bill once I left you. Figured even if he had done it, he'd make up some sort of excuse. But Bill was just so matter-of-fact about it. Like he'd pulled up a weed or something. Like it had to be done. And that was just one of those moments when your blood runs cold. Goose pimples up and down your arm. Cause it turns out the person you thought you knew was never there. You look anxious, Clementine. Something the matter? Kann ich die einweilen oder kann ich die jetzt nicht einweilen in die Scheißgeschichte? Oh, Mann, ey. You know, you can talk to me, right? Hm, was ist das Problem? I was dishonest when I first met you. But I swear on everything holy that'll never happen again. Bonnie, I'd... I'd rather be around people that I trust. Das müsste sie doch sehen. I can understand, you're uncomfortable. I won't force you to be around me, if you don't want to. Go on, back out and be with Kenny. Okay, das ging jetzt relativ einfach. Ich wollte das eigentlich aus einer auf der anderen Art und Weise sagen. Oder ihr verklickern. Okay, da kommt man da so leicht raus. Okay, jetzt habe ich noch das nächste Problem. Ja, du bist doch auch untätig. Also, das ist auch ein Problem. Ist das überhaupt die gleiche Uhrzeit? Das ist so kacke, ey. Luke, es ist ich, Clementine. Es ist sicher, raus zu kommen. Luke! Ich glaube, der ist nicht mehr hier. Luke, wenn du hübschst, komm raus. Die Tür ist wenigstens zu. Ach. Das erkennst du. Du bist auch Doktorin. Oder hat er das Carlos gezeigt? Das war quasi so ein Count und das er an uns vorbeigelaufen ist. Die Leute haben hier einen fuckingen Tag und bereits bist du fucking auf. Willst du warten und sehen, was passiert? Move! Hey! Na, also doch. Und wie ist es, dass wir uns für unsere Vertrauen verabschiedet haben? Mit Trechheit? Mit Dezitt? Mit Verzweiflung? Mit Verzweiflung? Jetzt. Entfernen Sie das durch Ihre fuckingen Scheine. Luke hier, er kann nicht dir helfen. Du musst dir helfen. Du musst dir helfen. Du musst dir helfen, ich finden, die Kraft zu verabschieden. Jetzt kannst du es beginnen. Bekommplizierter meint, er würde eine umbringen.